Wer geht nicht gerne ins Kino und schaut sich die neuen Filme an? Zu den neueren Filmen gehört auch Kartoffelsalat nicht fragen. Der erste Film im deutschen Raum, bei dem nicht nur Schauspieler, sondern vor allem YouTuber die Rollen übernehmen. Auch altbekannte Gesichter aus der Film- und Fernsehbranche wie Otto Walkes sind in dem Film zu sehen. Aber worum geht es in der Horror-Komödie? Und wie funktioniert das an so einem Set überhaupt? Im Interview mit Torge, bekannt durch seinen YouTube-Kanal Fresh Torge, sind wir Dieden und weiteren Fragen auf den Grund gegangen. Die Schüler und Schülerinnen der Friedrich-Hebel-Schule in Wesselburen haben Ferien. Aber ruhig ist es dort nicht. Schulbänke, Turnhalle und Schulflur sind voll von Menschen. Überall stehen Kameras und Requisiten, die nicht nach Schulalltag aussehen. Die Schule ist set für den Kinofilm Kartoffelsalat, bei dem vor allem YouTuber die Rollen übernehmen. Ich sitze hier neben Torge und der spielt nämlich die Hauptrolle in dem Kinofilm Kartoffelsalat. Was genau ist denn eigentlich der Hintergrund des Films? Das ist eine gute Frage. Also viele rätseln ja immer schon mal, was es mit dem Kartoffelsalat da wirklich zu tun hat. Also da sage ich aber auch noch nichts zu. Also in dem Film geht es eigentlich darum, dass Leo, den spiele ich, auf der Elite-Schule, auf der er zuerst nicht so viel Erfolg hat und dann wechseln muss er an eine andere Schule. Und an dieser Schule versucht er dann, ja, mehr Freunde zu finden und erfolgreicher und beliebt zu werden. Und dann bricht aber ein unbekannter Virus an dieser Schule aus und alle Schüler werden ganz merkwürdig. Und dann versucht er sich so ein bisschen als Held zu etablieren. Und ob das klappt, das sehen Sie dann und dann im Kino. Werbung. Ja, einen schönen guten Tag. Ich werde euch jetzt mal eine kleine Setführung geben. Und wir befinden uns hier im wichtigsten Raum vom ganzen Set, nämlich hier gibt es das Essen. Ein reichliches Angebot an Speisen und Getränken und anderen Naschereien. Und das hier ist die liebe Ellen, die liebt es gefilmt zu werden. Die sorgt dafür, dass Continuity, nennt man das, dass alles, was in der vorigen Szene, wenn da die Blume stand, muss ja auch da wieder in der Ecke stehen und so weiter. Er macht noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt gar nicht weiß. So, dann kommen wir mal weiter. Das ist der Kai, das ist unser Fotograf, der macht immer die ganzen schicken Fotos. Kai, was sagst du dazu? Das macht Spaß. Richtig. Und wir gehen weiter. Hier ist jetzt gerade nicht so viel los. Da ist nur eine junge Dame, die gerade alles einräumt. Was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ja, denke ich nämlich auch. Hier sitzen dann immer die Leute, die zu den Zombies geschminkt werden. Und da sind unsere vielen, vielen Kontaktlinsen, die die Zombies immer drin haben. Auch sehr, sehr spannend. So, wir sind wieder drauf. Hier geht's zum WC. Das ist da hinten. Muss man jetzt nicht unbedingt zeigen. Ähm, ist halt ein WC. So, das ist der gute Kameramann, der Wolfgang. Hallo Wolfgang, wie gefällt dir der Job hier? Ich find's großartig. Richtig, und weiter geht's. So, das sind alles wunderbare junge Frauen. Äh, bis auf eine. Die ist zwar wunderbar, aber nicht mehr jung. Meine Mutter. Oh, es regnet ein bisschen. Kann ich doch direkt mal meine... Pass auf Kameramann, da ist ein Loch. Nicht, dass du dich auf die Fresse packst. Drehen wir hier jetzt nochmal drin, Silvia, weißt du das? Drehen wir hier jetzt nochmal drin? Ja. Wir drehen hier jetzt tatsächlich... Das ist übrigens Silvia. Die ist auch wunderbar und kamerageil. Äh, das zeigt sie nur nicht so gerne. Also, ähm, ja, und das ist es eigentlich. Also, äh, viel mehr ist es gar nicht. Ihr seht viele kleine Bienchen, die den Laden am Laufen halten und den Honig dann letztendlich irgendwann ins Kino bringen. Ähm, ja, zurück zu, ähm, Glück, hat man in der Wautschule früher immer gedacht. Cut. Wie unterscheidet sich jetzt eigentlich so die Kinoleinwand von der YouTube-Leinwand? Ja, das weiß ich ja selber auch noch nicht. Das ist ja eigentlich ein Experiment, was wir versuchen. Also, sowas hat es ja noch nicht gegeben, dass das YouTuber, äh, einen Kinofilm machen. Ähm, also ich denke mal, der Unterschied liegt erstmal ganz einfach darin, dass wir in unseren YouTube-Videos es schaffen müssen, die Zuschauer für vier, fünf, sechs, einige vielleicht höchstens mal für 14, 15 Minuten, ähm, zu fesseln und dran zu behalten am, am PC oder am Handy. Ähm, jetzt müssen wir es aber schaffen, 90 Minuten lang einen, 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 einen perfekten Spannungsbogen zu kreieren, wo die, äh, wo die Leute gebannt sind und, und weiterhin zugucken. Neben den YouTubern sind auch bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen mit dabei. Otto spielt auch mit im Film. Was spielst du denn oder wen spielst du? Hm, Moment, gar heute habe ich den rasenden Reporter Harry Hirsch gespielt, meine Damen und Herren und so weiter. Und, äh, das nächste Mal bin ich, glaube ich, ein Beamter oder, glaube ich, auch ein Polizist. Ich lasse mich selbst überraschen, denn Fred Storke hat immer irgendwelche Überraschungen bereit für mich. Es sind kleine Nebenrollen, aber die machen sehr viel Spaß. Ich freue mich, dazu zu gehören. Was reizt dich denn so an den Rollen jetzt unbedingt mitspielen zu wollen? Diese frische Art, wie hier gedreht wird, auch hier nach Westburen rauszukommen, ist natürlich in Dinslaken oder so. Das kennt man ja kaum, man ist so selten hier. Und die Leute sind klasse drauf. Und mit, 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 vielleicht Storke zu arbeiten, ist natürlich ein großes Privileg. Und der hat ja so gespielt, ist ja so wahnsinnig spontan. Und, äh, gibt dann wieder neue Ideen, neue Anregungen. Und irgendwie ist es toll. Ein großes Erlebnis. Kartoffelsalat im Klassenzimmer und ein Lämmlein am Set ergeben einen experimentellen Kinofilm.